in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr nach dem season 2 update sachen duplizieren könnt und somit euer lager füllen könnt auf bis zu 240 plätzen das ganze geht leider nicht mehr so easy wie bei season 1 und ihr braucht auf jeden fall einen freund dafür könnt nicht mehr solo duplizieren leute und schreibt mir mal gerne in die kommentare wie viele items ihr aktuell im lager habt so als erstes wenn ihr im game seid müsst ihr erstmal den grabstein anlegen mit allen items die ihr braucht für alle die nicht wissen wie man den grabstein setzt habe ich oben rechts in der infokarte ein video verlinkt und in der video beschreibung auch noch einmal ich habe jetzt keine items mitgenommen weil ich schon einen aktiven grabstein habe leute und ich packe jetzt all die sachen in meinen grabstein die ich haben will also die ich duplizieren will und dropp die dann mein kumpel denn ihr braucht ihn jetzt damit ihr diese sachen mit aus dem spiel nehmen könnt und ins lager tun könnt falls ihr geld haben solltet könnt ihr ihnen das auch droppen dann kann er das in seinen grabstein speichern weil geld kann man immer gebrauchen und falls ihr fertig mit den duplizieren seid kann er euch das einfach wieder zurückgeben und ihr könnt einen neuen grabstein setzen mit dem ganzen geld wenn ihr eurem kumpel dann die ganzen items gedroppt habt dann muss er sich umbringen natürlich muss er vorher einen grabstein perk trinken dann bringt er sich um und muss komplett ausbluten an dieser stelle könnt ihr auch auf aufgeben drücken also ihr müsst nicht komplett warten bis die lebensanzeige von selbst weg geht sondern könnt dies mit der aufgeben tasse beschleunigen danach müsst ihr nur noch wiederbeleben und nachdem ihr wiederbelebt habt hat euer kumpel jetzt einen grabstein gesetzt das heißt er kann euch jetzt all die items droppen denn er hat diese auch noch im grabstein und wird die dann nächste runde auch haben ihr hebt die ganzen sachen auf und jetzt müsst ihr am besten die party verlassen euer kollege muss sich jetzt töten lassen natürlich solo er muss aus der party sein und wenn er komplett ausgeblutet ist ignoriert er den hilferuf und wartet bis die eliminiert anzeige kommt wie in dem video was ich in der beschreibung verlinkt habt und ihr müsst jetzt hier zu diesem akt 4 portal gehen falls ihr in der story noch nicht so weit seid ihr könnt einfach auf mission bearbeiten akt 4 schlechtes signal aktivieren dann habt ihr hier diesen portal und für alle konsolenspieler wenn ihr das portal aktiviert habt und der countdown kommt kommt nach dem countdown eine animation wo ihr teleportiert werdet und hier müsst ihr die anwendung schließen und für alle pc spieler ihr müsst auf alt f4 drücken sobald euer bildschirm schwarz wird so wie jetzt bei mir wenn ihr dann wieder zurück im spiel seid dann seht ihr dass ihr die ganzen items in euren rucksack habt und ihr könnt die ins lager tun und hier geht wieder dasselbe wie bei season 1 ihr dürft nur sachen rein tun die ihr vom story expel rausgenommen habt dann kommt ihr auch über das limit von 10 items aber ich packe euch noch mal in die video beschreibung ein ausführliches video wie das mit dem lager weiter funktioniert wenn ihr dann wieder in eine runde geht dann werdet ihr sehen euer grabstein ist zwar weg aber der von eurem kumpel ist da und er muss jetzt wieder sein grabstein lernen ein grabstein perk trinken sich töten lassen und danach ausbluten ihr belebt den dann einfach wieder und nachdem ihr eurem kumpel wiederbelebt habt dann kann er euch die sachen droppen ihr hebt diese auf und geht wieder durch das akt 4 portal raus und dann könnt ihr die sachen wieder ins lager tun ihr müsst aber vorher immer den trupp verlassen also immer wenn euer kumpel euch die sachen droppt dann verlasst am besten den trupp damit ihr allein durchs portal geht und euren kumpel nicht mit zieht denn die person die den grabstein legt muss sich immer am ende der runde wenn er keinen bock mehr hat muss sich komplett töten also er muss down gehen ausbluten den hilferuf ignorieren bis die zeit abläuft und dann kommt das bildschirm mit eliminiert und hier muss er dann warten bis oben rechts spiel verlassen steht und dann klickt er drauf weil wenn euer kumpel mit dem grabstein irgendeine expel nimmt ist der grabstein in der nächsten runde weg selbst wenn ihr einfach dash bauen solltet an dieser stelle bedanke ich mich bei nico der mir geholfen hat dieses video aufzunehmen vielen vielen dank kurs geht raus und ich bedanke mich bei euch allen die hier zuschauen und mich supporten falls euch das video gefallen hat könnt ihr jetzt gerne ein like da lassen und in die kommentare schreiben und wenn du noch kein abo hast kannst du jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao